Ja, genau, so ist es. Ich bin Janina, Transfrau, und ich erlebe jeden Tag fürchterlichste Anfeindungen durch den Islam. Und mir ist das scheißegal, wer das hier hört. Und von daher, wir müssen dagegen kämpfen mit aller Macht. Weil ich habe es gesehen, ich war unter anderem in Cordoba, da läuft noch der ganze Trott herum. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich hier niemanden beleidige. Aber die Hauptfeindesgruppe von sexuellen Minderheiten, man hat es ja, wann war es, in Münster, glaube ich, auf dem Christopher Street Day, hat man gesehen, es sind die radikalen Muslime. Und das muss offen angesprochen werden. Und ich hoffe, dass es Millionen Menschen heute sehen, was ich sage. Und ein Letztes noch, ich hoffe auch, man hat ja gerade hier die Fußballfans gesehen, dass man auch nochmal in die Bildung investiert. Glück auf! Danke, Janina, wirklich, wir sind solidarisch an deiner Seite. Einer meiner Brüder war selber schwul gewesen. Danke.